Noch ist Uli Hoeneß ein freier Mann. Ob er das aber auch am Donnerstag noch sein wird, ist ungewiss. Am letzten Verhandlungstag im Steuerprozess werden Schlussplädoyers und Urteile erwartet. Dass Hoeneß insgesamt 27,2 Millionen Euro Steuern hinterzogen hat, das hat er selbst eingeräumt. Nach dem dritten Verhandlungstag läuft nun alles auf die eine Frage hinaus. War Hoeneß Selbstanzeige aus dem Vorjahr wirksam oder nicht? Nach der ursprünglichen ersten Selbstanzeige, der vom 17. Januar 2013, erfolgte eine Nachbesserung der Daten. In dieser Nachbesserung tauchten dann weitere Einkünfte auf, die in der ursprünglichen Selbstanzeige nicht gemacht wurden. Aus diesem Grund war die ursprüngliche Selbstanzeige schon unwirksam. Hoeneß Verteidigung sieht dies anders. Zum Zeitpunkt der Selbstanzeige hätten nicht alle Unterlagen der Bank vorgelegen. Seit Prozessbeginn hatten sich die Ereignisse überschlagen. Die hinterzogene Steuersumme war immer wieder nach oben korrigiert worden. Wir haben ja immer gedacht, die Staatsanwaltschaft hat nur 3,5 Millionen Euro angeklagt. Dann kommt raus, jeden Tag werden es immer mehr. Haben wir gedacht, jetzt sieht es ganz schlecht aus. Aber die Verteidigung hat jetzt doch nochmal deutlich gemacht, sie haben in der Selbstanzeige selber einen noch viel höheren Betrag eingeräumt, sodass noch ein erheblicher Sicherheitspuffer ist. Also da ist eigentlich noch viel Spielraum nach oben, sodass es jetzt eben auf die Frage ankommt, war sie überhaupt wirksam. Aber die Beträge sind eigentlich jetzt gar nicht mehr so wichtig, wie es die letzten Tage aussahen. Grundsätzlich ist es so, wenn das Gericht zu einer Verurteilung kommt, dann wird natürlich auch die Summe der hinterzogenen Steuern eine Rolle spielen bei der Frage des Strafmaßes. Und da ist es durchaus ein Unterschied, ob es um 3,5, um 18,5 oder um 27,2 Millionen Euro geht. Voraussetzung ist aber natürlich immer erst, dass es überhaupt zu einer Verurteilung kommt. Zunächst aber muss das Gericht ein Urteil sprechen. Wie auch immer es ausfällt, der 13. März 2014 wird für Uli Hoeneß ein schicksalhafter Tag werden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017